und herzlich willkommen zu meines schloss das ist meins und ich will jetzt gerade mal gucken ich habe jetzt wieder ein paar punkte das will ich natürlich bis alle in verteidigung umsetzen die frage ist nur was kaufe ich mir eigentlich alternativ dazu könnte ich was könnte ich denn tun ich könnte das herz upgraden aber macht es wirklich sinn der hat alles vergeben ich würde sagen dann hier vielleicht noch von denen da so da steht die kreatur ein bisschen blöde ja blablabla man kann nie genug aber ich brauche mehr punkte was so ich könnte mir ja jetzt etwas zurecht schmieden das hier habe ich ja schon well wishing pebble das ist alles nice novice robe die habe ich schon und waffen hole ich wahrscheinlich auch nicht mehr sonderlich viel raus tagsved loosing das ist schwierig was kann ich mir sonst noch machen naja oder mal da war was und zwar da war was progressing war da nicht irgendwo purchase a health potion jawohl das ist es so minor health potion aber eine normale dazu muss ich das ganze hier erstmal upgraden jetzt habe ich natürlich zu wenig geld das war klar gold boost nee brauche ich nicht magic find boost nee brauche ich auch nicht also nein nicht upgraden so wo war ich denn noch nicht und wo würde ich denn gern mal rein dream of ivy da gehe ich mal ganz kurz hin ich brauche halt wieder ein bisschen ich muss halt wieder ein bisschen flüssig werden was zum geier sollte denn das was hatte der sich denn dadurch erhofft move 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 der war falsch gesetzt aber das wusste ich auch nicht ne da gehe ich nicht hin das kannst du knicken move 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 wieder einmal brillant geschafft aber auch nur wieder mit zwei stern ich weiß gar nicht äh ich weiß gar nicht muss ich das in englisch schreiben kann ich das auch nicht auf deutsch schreiben nicht schlecht aber geht besser liebe grüße das projekt damit wird es auch getan so es werden wir den gesehen medik easy ach so ach die grünen sind npcs das ist npc ja kommt da gehen wir da mal rein da wollen wir mal die entwickler bisschen schlecht machen nein kann man ja nicht wirklich sagen also führen ich finde es geil ich finde es geil ich finde es geil wieder eine robe die aber wahrscheinlich nicht unbedingt gerade besser sein wird grill 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 hat jemand fleisch mitgebracht da vorne ist ein schöner ofen könnte mal reinhängen also das heißt im endeffekt mein schloss muss ich auch noch ziemlich überdenken denke ich mal überdenken denke ich mal ja der war auch gut das liegt denn da eigentlich auf meiner main taste nicht mehr mein blitz das also naja super nachträglich einlatschen macht natürlich auch unheimlich viel sinn also macht es nicht nach daheim sagasse fragezeichen nein keine sargasse was wärmen high tunic werde ich mir gleich mal anschauen mal gucken was da dahinter steckt natürlich war doch klar ich mein hallo wenn dadurch der magier 2 ich bin gespannt wann es die erste buch gibt die ich tatsächlich nur mit einem daumen bewertet so jetzt müssen wir mal schauen und zwar die da wenn man high tunic mehr leben mehr magischer schutz better loot quality das geht oben hin das muss nicht sein so was haben wir hier physischer schutz block chance brauche ich nicht ich muss ja nicht blocken ich bin ja kein krieger oder so so dann können wir uns das hier glaube ich auch schränken also wie viel habe ich jetzt 900 moment das hier was glaube ich genau da würde ich vielleicht sagen so dann geht es mal hier brew potions dann geht es einmal hier health potion so normalerweise wo ist es dann dann geht es mal hier третьig schön wenn du schon bereit fühlst etwas vorbereiten ungefähr naja der ist das oben ok loote das du vermagst aus zwei Spieler haben und hier ab in seiner blacksmith okay wie soll der jetzt schon wieder so ist nämlich hier sondern hier auch nicht hier hier ein generator muss her mal wieder so ansonsten bin ich voll ja kann ich jetzt aber nicht da fehlt minimal was an an wie heißt das zeug eigentlich weiß ich nicht gut was gibt es hier noch badlock skills so kann ich jetzt mal hier gucken und zwar ich würde mal dringend research lab ah research lab das sind wir beim thema 1400 ah so ein scheiß 810 jo your trap is now tier 2 so brutzel 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 naja schuss ach so verstehe das kann ich mir aber erstmal noch schenken was kann ich denn da machen achso die agrozone okay aber das brauchen wir alles jetzt nicht ich würde dann sagen level 9 ich will level 6 ne das ist noch ein bisschen zu früh cast dream ich greife mal da an auch wenn es ein level unter mir ist kost 19 ach ne nicht rein laufen nicht rein laufen sehr schön ah zu spät weg news ah nein 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 Wurzel die weg, los, so geht doch, mua, ah, ne Falle, was, was seid ihr eigentlich für gestellte Viecher, weg, ah, kommt man hier auch irgendwie Leben durch, ich meine, das ist nur so eine Frage, hat keinen speziellen Hintergrund, komm, grill dir mal, der schönen Don't Staff, ah, das habe ich wieder erwischt, ja, man sollte vielleicht nicht so verpeilt und nicht so aggro mäßig spielen, meine Güte, ich habe mich jetzt echt zu lange aufhalten lassen, ah, 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 ah mir das doch gleich jemand ja wieder nur zwei sterne ich weiß ich habe ja auch von der zeit herrwes länger gebraucht das war cool ich sag mal drei diesmal lasse ich ihn kein kommentar und es geht gleich mal ins nächste lehrer ab geht die luci keine lange weile hier keine müdigkeit vorschützen da ist lehrer ich glaube hier so können wir erst mal seine mine lauf junge war das alles hier steht es auch nur so was haben wir denn hier ist noch offen freene me have a friend visit your castle if you are the player in your castle of system most to defend in your castle competition started attain minion one war ich da schon drin komm mal rein was loch ruf hauer wort hand so und nach dem kampf hier können wir uns glaube ich definitiv erlauben sofort so nach dem kampf hier kann man es glaube ich dann erlauben auch mal ein blick ins inventar zu werfen und uns bei den neuesten sachen aufzustatten vorwärts auf passern so christel in der ring wiedergefunden an übrigens wie zu knechle sagt es glaube ich voll oft tut mir voll leid irgendwie so jerem neu was ist hier los war verdammt ja die kosten die muss ich jetzt mitnehmen da kann ich jetzt nichts nach ändern so und tschüss nun geht es dann weiter hier oder anger bot level 1 level 8 bis sieben stufe 1 angriff macht sie fertig du schaffst es da wisch würde es auch gut aus warum eigentlich warum verwenden wir jetzt die beute noch mal drei war ja nicht schlecht aber es geht besser ganz ehrlich so was stellen wir an wir haben 1086 ich würde sagen vielleicht eine vorkenpause und deswegen sehen wir uns am nächsten mal wieder bis daheim wünsche ich euch noch einen schönen tag macht's gut und tschüss dann jetzt dann dann dann